Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pirates The Legend of Black Cat. Ja, wie man sieht, wir sind noch auf den Vulkaninseln, auf der mittleren, um genau zu sein, Hades Pyre. Wir haben in der letzten Folge es geschafft, zumindest alle Muscheln schon mal zu finden, die es hier gibt. Jetzt fehlt uns noch eine Truhe. Alter! Ich bin noch am Anmoderieren. Ich werde hier direkt abgeknallt. Okay, schön in Bewegung bleiben. Die Minikecks sind noch ausgerüstet vom letzten Mal. Steht da oben die Truhe? Ich glaube, ich sehe sie schon. Hinter den beiden auf dem Hügel. Das wäre natürlich großartig. Das ist nämlich das Einzige, was da noch fehlt. Ja, tatsächlich, da oben steht eine Truhe. Wunderbar. Ah, verdammt. Zu früh gesprungen. So, ich hoffe, die drehen sich nicht komplett mit. Haha, tun sie nicht. Dumme Dinger. So. Ja, die eine Truhe, die jetzt hinter mir stehen müsste, ist die einzige, die noch fehlt hier. Und dann haben wir aber noch einen extra Bereich an der anderen Anlegestelle, wo der Speicherpapagei ist. Dort gibt es einen Teleporter. Und der führt uns noch mal in einen anderen extra Bereich. Den müssen wir leider noch machen. Der ist richtig ätzend. Der hat mich auch schon viele Nerven gekostet und schon mehrfach umgebracht. Aber gehört dazu und wird auch natürlich erledigt. Da müssen wir also als nächstes hin. Jetzt aber erstmal hier den Turm und dahinten die Truhe einsammeln. Achso, und wir haben... Natürlich, das müssen wir auch noch machen. Fällt mir gerade ein. Wir haben die gefallenen Sterne gefunden. Da war in der Skeletztruhe, die hier unten war, der letzte drin. Die haben wir also auch komplett. Die können wir also dem Meeresgott zurückbringen. Da bin ich auch sehr gespannt, was wir dafür bekommen. So, jetzt erstmal hier die Truhe. Irgendwas Cooles drin? Naja, nicht so richtig. Hält sich in Grenzen. Ja, Geld. Okay. Aber das müsste die letzte gewesen sein. Was ist los? Ich wollte gerade sagen, häng dich jetzt bloß nicht auf. Ich habe nämlich nicht gespeichert. 11 von 11, 8 von 8. Super. Ich freue mich. Das heißt, wir müssen jetzt noch rüber zu dem anderen Teleporter und in diesen Extra-Bereich und dann mal schauen. Schiff da. Aber erstmal natürlich speichern. Das ist das allererste Ziel der Speicher-Papagei. Aber sehr cool, dass wir den Bereich schon mal haben. Hier unten, wenn man hier mit dem Teleporter rüber ist, dann kam man ja auch erstmal am unteren Ende des Kraters an, wo die Würmer im Boden waren. Das hat mich auch schon sehr genervt. Das haben wir zum Glück jetzt hinter uns. Jetzt geht es hier straight geradeaus zum Speicher-Papagei. Ja, komm. Okay. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ja. Ach, hier vorne. Ja, ja. Roter Vogel vor rotem Hintergrund und so. Ah, sehr gut. Speichern. Ja. Ich bin froh. Wir haben Fortschritte gemacht in der letzten Folge. Und jetzt sehen wir weiter und kämpfen uns nochmal, ich weiß gar nicht, oder vielleicht versuche ich es auch einfach mit durchrennen, bis zu diesen blöden Würmern. Das Blöde ist halt... Ja, es funktioniert eigentlich auch nicht gut, weil da noch Sachen lagen, die man einsammeln kann. Das Blöde ist halt, dass ich da nicht mehr speichern konnte zwischendurch, wenn ich mich einmal runtergekämpft habe. Demnach müssten da auch jetzt wieder die ganzen Diamanten und sowas liegen. Oder halt Edelsteine. Da hinten ist auf jeden Fall eine Muschel. Wir haben hier sieben Muscheln zu finden. Sieben! Und sechs Truhen. Und ich glaube, wir haben... Ups, falsche Richtung. Wir haben bis... Ich glaube, ich rutsche da mal runter, nur zur Sicherheit. Ah, da ist nichts. Schwarzer Abgrund. Okay. Und ich glaube, wir haben so gut wie nichts bis nach unten hin gefunden. Also keine Ahnung, wo das alles sein soll. Wobei ich mir gerade denke... Ich könnte auch einfach hier runterrutschen, oder? Komme ich da nicht genau da unten an? Das ist vielleicht ein bisschen dreist. Aber es ist eine Abkürzung. Ach, hier ist auch nochmal so eine... Okay, das war echt dreist, die Abkürzung zu nehmen. Was ist das denn hier Cooles? So, jetzt muss ich erstmal mich um den blöden Wurm kümmern. Ja, warum kämpfe ich mich hier eigentlich jedes Mal runter? So, komm her. Aha. Dann sammle ich lieber erst das Zeug und kämpfe mich nachher wieder rauf, oder so. Beziehungsweise da ist ja der Teleporter da unten. Der wird mich wahrscheinlich wieder nach oben setzen. Warum habe ich es mir eigentlich so schwer gemacht? Kann man einfach die Abkürzung nehmen? Ja, und das ist natürlich sehr cool da unten mit den ganzen Truhen. Ja, jetzt ist es auch berechtigt, dass das hier auch Vergessene Schmiede heißt, weil hier steht auch ein riesiger Amboss mit Hammer. Das ist sehr cool. So, jetzt schaue ich mal gerade. Drei von sieben Muscheln haben wir aber erst. Das ist ja enorm schlecht. So, jetzt öffnen wir erstmal die ganzen Kisten hier. Fangen wir mal hier einfach rechts an. Wobei ich mich gerade frage, wenn ich jetzt hier mit den ganzen, ja, mit den ganzen Items ausgerüstet werde, was passiert dann, wenn ich dort... Oh, cool. Wenn ich dort durch den Teleporter gehe. Serpent's figurehead. Made in the image of the ancient Denizen... Denizen? Denizen? Oh Gott, das Wort kenne ich nicht. Tut mir leid. Of the deep. This figurehead enhanced the chip's cannons with the power of fire. Ach was. Das heißt, wenn ich das ausrüste, dann schießen meine Kanonen automatisch mit Feuer. Oder dann brauche ich halt nicht diese Feuerkanonenkugeln. Was haben wir hier? Ach, die Hammerdinger. Hammer die Dinger. Okay, ganz viele Items habe ich jetzt hier bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Und ich bin mal gespannt, wo ich jetzt... Wo komme ich denn dann weiter? Es fehlt noch eine Truhe. Und es fehlen noch vier Muscheln. Vier! Ich hoffe, der Teleporter setzt mich einfach nur nach oben. Aber ich befürchte... Nee, das sieht mir nicht so aus. Das sieht mir gar nicht so aus. Gut, dass ich eben gespeichert habe. Oder? Hat er mich jetzt doch nur nach hier oben gesetzt? Nee, nee, wir sind irgendwo anders. Nee, wir sind wieder am Ausgangspunkt. Was ist das denn? Das war ja gar nicht dramatisch. Das ist ja... Jetzt muss ich da aber wieder rein. Dummerweise. Weil noch so viel Zeug fehlt. Wo kriege ich das denn jetzt alles her? Also, wenn man da runterrutscht, hat man nichts davon. Das haben wir schon mal festgestellt. Wo soll denn das ganze Zeug noch sein? So viel habe ich doch niemals gefunden auf dem Weg nach da unten. Hier komme ich nicht hoch. Komme ich auf der anderen Seite hoch? Ja, ah ja, okay. Da haben wir schon mal eine Muschel. Und dann werde ich wahrscheinlich auch an den Seiten hier einfach mal runterrutschen müssen, um zu schauen. Mach ich jetzt auch mal. Obwohl, das sieht mir einfach sehr nach schwarzem Abgrund aus. Ja, das ist auch einfach nur ein schwarzer Abgrund. Aber schon mal gut zu wissen, dass man hier hoch konnte. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Rechts, links gucken. Nee, da kommen wir so nicht weiter. So, dann war hier war ja eine Muschel. Dann schauen wir mal weiter. Ich gehe mal... Wie mache ich das? Ich gehe jetzt mal hier an der inneren Kante entlang. Da hinten ist ein Diamant. Also ein Rubin wahrscheinlich ist das. Das Rote sind Rubine, glaube ich. Ich hätte speichern sollen, glaube ich. Wo ich gerade mal da oben war. So, ich gehe mal hier an der... An der inneren Kante entlang. Ach stimmt, ich glaube, da drüben war noch eine Truhe. Das könnte sein. Ja, genau. Hier hinten ist eine Kiste. Und hier ist noch eine Muschel. Das ist schon mal sehr gut. Ach komm, nerv nicht. Oh, ich wollte gar keine 3 auf einmal werfen. Oh, hat der jetzt wieder... 3 gewertet? So, hast du jetzt davon. Stirb halt. So, eine Kiste. Was genau fehlt dann jetzt noch? Zwei Muscheln. Okay. Na, dann schauen wir mal. Ob wir die hier noch irgendwo finden. Hier komme ich an den Seiten nicht hoch. Das sieht man ja eigentlich schon. So, und bis hierhin hatte ich mehr oder weniger auch schon geguckt. Da hinten ist noch ein Rubin. Eine Muschel wäre mir lieber, ehrlich gesagt. Geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich in Ruhe. Vielleicht laufe ich jetzt einmal erst mal so richtig nach unten, um zu schauen, ob die einfach so hier noch liegen. Das wäre natürlich das Einfachste. Und dann in der nächsten Runde muss ich nochmal richtig suchen. Ah, das sieht aber schlecht aus. Ah doch, hier liegt noch eine. Oha, oha, oha. Jetzt fehlt nur noch eine, oder? Und ist die da unten? Habe ich die gerade schon gesehen? Hat sich da nicht irgendwas Rotes gedreht? Nein, schade. Ich dachte, ich hätte sie gerade von Weitem gesehen. Es könnte aber auch nur das Becken hier gewesen sein. Zu schade. Also, es fehlt noch eine Muschel. Muss ich mich gerade nochmal genau umschauen überall. Hier innen scheint sie aber nicht zu sein. Ich nehme dann eher mal an, dass sie entweder auch oben irgendwo auf dem Rand liegt oder ob ich, dass ich irgendwo runterrutschen muss. Das könnte auch sein. Oh, die Kisten sind verschwunden. Die magischen Kisten. Ins Wasser kann ich ja nicht. Das heißt, sie kann nicht irgendwo im Wasser sein. Okay, gehe ich wieder nach oben? Oder gehe erstmal, genau, ich gehe erstmal nach draußen und speichere. Besser ist das. Okay. Sehr gute Idee. Ja, das war eine gute Idee. Ich danke euch. Habt ihr richtig erkannt? Ich sollte speichern. Oh, diese eine Muschel jetzt noch. Eine Muschel. Und wenn wir die dann finden, dann können wir tatsächlich hier zu unserem Meeresgott fahren. So, achso, nee, hier sehe ich es ja nicht. Ich muss ja erst wieder... Ach man, ich laufe mal in die falsche Richtung los. Das Dumme ist, jetzt sind wahrscheinlich auch wieder alle Gegner da. Aber egal, wir kriegen das hin. Wir haben so unsere Erfahrungen mit letzten Muscheln mit letzten Muscheln. Und auch diese werden wir finden. Da bin ich sehr zuversichtlich. Doof ist natürlich, wenn wir irgendwo an einer ganz bestimmten Stelle runterrutschen müssen und die irgendwo am Abhang ist. Das fände ich richtig bescheuert. Aber wir werden sehen. So, was mache ich mit euch Viechern? Was ist das Effektivste bei euch? Das weiß ich noch nicht so genau. Ist der jetzt zur Seite gesprungen, der Drecksack? Ach, Mann. Geweck! Das Beste wäre, wenn die Viecher alle weg wären, dann könnte ich hier ganz in Ruhe suchen. Ah, der bewegt sich immer genau so. Och, und die hinterlassen alle nur Dinge. Ja, gut, okay. Den konnte ich mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, die hinterlassen alle nur Dinge, die ich nicht so gut gebrauchen kann. So, muss ich direkt von Anfang an da hoch? Oder komme ich da nochmal irgendwie an irgendeiner Stelle auf diesen Rand drauf? Weil ich glaube, von Anfang an bringt mir nichts, weil hier dieser hohe Hügel ist. Über den werde ich nicht rüberkommen. Ich kann es nochmal versuchen gerade, dass ich nochmal gerade da hochlaufe. Oder komme ich hier an der Seite? Komme ich hier hoch? Nee, das ist zu steil. Definitiv. So funktioniert es nicht. So, bis hierhin komme ich ja noch, aber da werde ich nicht hochkommen. Das heißt, hier ist der Weg auf dem Rand erstmal vorbei. Da muss ich definitiv nach hier unten. Ist aber auch fies, dass hier alles rot ist. Ich suche eine rote Muschel vor roten Wänden. Das einzig Gute ist, dass die Dinger sich ja bewegen. Das sieht man dann ab und zu mal. So, wenn ich jetzt einfach hier runterrutsche, wo komme ich dann hin? Ach, wieder ins Wasser. Okay. Das bringt mir also nichts. Oh, ist sie da oben? Da ist irgendwie so ein heller roter Punkt, aber ich... Nee, da komme ich auch nicht hoch. Nee, das war auch wirklich nur ein Punkt an der Wand. Quasi. Aber hier komme ich auch nicht mehr hoch. Also auf diese Ränder hier komme ich nicht mehr drauf. Kollege. Nerv nicht. Ey, was tust du? Na gut, wenigstens haben wir da hinten was getroffen, aber das war eigentlich nicht das Ziel. Können die sich nicht gegenseitig töten irgendwie? Boah, Nervtöte. Stirb halt endlich. Wo ist die eine blöde Muschel jetzt wieder? Kann man hier diese Felsblöcke irgendwie kaputt machen? Nee, glaube ich nicht. Das ergibt auch keinen großen Sinn. Wo könnte das Ding sein? Auf den Rand, da komme ich nicht mehr hoch. Dafür sind hier überall die Wände zu steil. Hier innen sehe ich es aber auch nicht. Wo ist das blöde Ding? Was? Ich habe... Hä? Ich habe die schon? 6 von 6, 7 von 7? Was suche ich hier eigentlich? Was suchen wir hier eigentlich? Warum sagt mir denn keiner, dass ich das Ding schon habe? Wann habe ich mich denn so verzählt? Irgendwie habe ich mich wohl übelst verzählt eben irgendwann oder verguckt oder keine Ahnung. Wir haben schon alles gefunden. Warum sagt mir das denn niemand? Stimmt, das eben war ja schon die letzte, oder? Kann das sein? Ich glaube, wir hatten nur noch zwei und ich habe die eine hier auf dem Rand gefunden und die andere da unten irgendwo. Habe ich überhaupt nicht gecheckt, dass das schon alle waren. Ach Mist, jetzt komme ich hier nicht weiter. Hier ist kein Teleporter. Da, dann nehme ich mal die Abkürzung wieder nach unten. Boah, was mache ich denn schon wieder? Ich habe schon längst alles gefunden und renne hier rum und suche noch irgendwas. Boah, man muss echt deppert sein. Hättet ihr mir auch mal sagen können. Habt ihr bestimmt. Boah, ich stelle mir gerade vor, wie ihr die ganze Zeit vorm Bildschirm hockt und sagt, boah, ey, die alte ist so... Äh, wie dumm muss man sein? Du hast doch schon alles. Kannst du nicht zählen? Meine Güte. Boah, ich bin heute wirklich so durch. Ich habe es ja schon gesagt in der letzten Folge. Ich nehme ja beides am selben Tag auf. Ich bin heute so durch irgendwie. Das ist echt nicht mein Tag. Haben wir schon längst alles. Warum sagt mir das denn niemand? Oh, Mann. Ich renne hier rum und suche noch eine Muschel. Ich habe echt ein Hauwerk wegen diesen Muscheln. Die haben mir echt was angetan. Diese eine auf den Voodoo-Inseln. Die war's. Seitdem vermute ich immer das Schlimmste. So, jetzt gucke ich nochmal alles durch. 11 von 11, 8 von 8. 3, 8. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Da auch. Da auch. Auch wenn man es schlecht sieht bei manchen Karten. Aber wir sollten echt alles haben jetzt. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir zu keine Ahnung, Neptun, Poseidon, Triton, ich weiß es nicht, zu irgendwem zurückkehren und ihm seine Sterne bringen. Und dann bin ich echt gespannt, was wir von ihm bekommen. Oh, Moment. Achso, 3 von 3, ja. Ich dachte gerade, da stehen 3 von 5. Ich wollte schon einen Schock kriegen. Okay, ich glaube, wir haben alles. Ja. Wir haben alles. Auf allen Inseln, auf denen wir bisher waren, haben wir alles gefunden. Ich bin unglaublich begeistert. Ich speichere und beende diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, ihr habt gemerkt, ich kann so verpeilt sein. Also, ich kann nicht mal zählen. Ja, wir suchen noch zwei Muscheln. Oder ist die erste? Oder ist die zweite? Jetzt fehlt noch eine. Äh, nein. Irgendwie nicht. Ah, ich bin echt. Manchmal manchmal ist es einfach schlimm mit mir. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es wird beim nächsten Mal bestimmt spannend. Ich glaube es, weil wir wollen die gefallenen Sterne zurückbringen und das wird echt spannend, glaube ich. Also, ich weiß es nicht, aber ich bin gespannt, was dann passiert und was wir bekommen. Und dann ist eigentlich nur noch eine Insel übrig, zu der wir fahren können. Also geht es steil aufs Ende zu, glaube ich. Aber das werden wir sehen und ich hoffe, wir werden es gemeinsam sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen in der heutigen Folge und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall.